Entschuldigung, wir sind schon mit dem Quatschen. Das ist unser heutiger Gast im Neomagazin Real, Katharina Schüttler, meine Damen und Herren. Oliver Hirschpiegel könnte auch immer... Also Oliver Hirschpiegel könnte ähnlich, glaube ich, wirklich machen, was er will. Und es gehört einfach zum guten Tonus des deutschen Kritikers, gewisse Dinge nicht gut zu finden. Und es hat auch ein bisschen, glaube ich, manchmal mit Größe zu tun. Dass man so, think big und so, mögen die nicht so. Ja, unsympathisch, gerade wenn es aus Deutschland kommt. Wenn man dann dieselbe Serie von einem spanischen Regisseur sehen würde oder von einem Französischen. Toll, dass die Franzosen sich was Großes trauen, die Franzosen. Also wenn man dann so ein bisschen als Kritiker auf andere herabschauen kann, dann ist immer gut. Ich lese gerade mal hier, warte mal, wo haben wir es, wo haben wir es, wo haben wir es. Wahnsinnig. Ja, es ist schwierig, das in diesem Internet zu finden. Es ist viel drin im Internet, rasend viel. Ich habe noch nie in meinem Leben Twitter gesehen. Ist das Twitter? Das ist Twitter. Ich habe es auf den Nachtmodus umgestellt, damit es die Augen nicht so blendet, weil ich das so viel gucke, dass es mir sonst die Augen kaputt macht. Was ist denn der Unterschied zwischen deiner Serie Dogs of Berlin und Four Blocks? Das wird ja auch oft kritisiert, dass das sich sehr ähnlich ist. Also ich glaube, interessanterweise Four Blocks habe ich nicht gesehen. Ich glaube aber Four Blocks spielt ja absolut nur in diesem Gangstermilieu. Wohingegen zum Beispiel, also wir haben ja auch ein paar Gangster, auch ein paar echte Gangster und so und sehr Rapper-Haftbefehls dabei und so. Ich saß mit Anna-Maria Mühl bei der Premiere direkt hinter Haftbefehls, es war sehr lustig. Wieso war das lustig? Weil die alle so, ähm, ach nee, man muss ja aufpassen. Nee, erzähl ruhig. Ich habe gute Erfahrungen gemacht mit Rappern, das sind ganz handzahme Typen. Also auf jeden Fall, äh, es war ganz lustig. Es war ein bisschen wie, 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 wie hinter einer Kita-Gruppe sitzen. What? Vierjährigen Jungs. Aber eine sehr coole, ja, es ist... So eine sehr coole Kita-Gruppe. Und die, ähm, also es war wirklich so eine Mischung aus ADHS und irgendwie so, ey Mann, Digge, Alter, ey, was geht also. Und sie fanden, sie sind dann aber später zu Christian und haben gesagt, Mensch, Alter, die Frauengeschichten, die müssen raus, das ist so langweilig, ey, Mann, die fanden das einfach so. Und das ist einfach, also ich finde vor allem gerade die Frauengeschichten total gut in der Serie. Ähm, also es ist interessant, ist interessant. Und ich glaube, Frau Blocks ist vor allem diese Welt in der Reihe vor uns im Kino gewesen. Und Dogs of Berlin ist ja wirklich die Idee, ähm, eigentlich zu erzählen, deswegen heißt es ja Berliner Hunde, es gibt unterschiedliche Hunde. Und äh, der Golden Retriever, den hat er, den findet man dann in Neukölln vielleicht nicht, aber am Prenzlauer Berg. Also sozusagen, haben wir eigentlich eine Wahl, das Leben zu führen, was wir leben, oder ist es vorbestimmt dadurch, äh, wo wir hineingeboren werden? Ein, ähm, ein großer Kritikpunkt, warum habt ihr den Stadtteil Kaiserwarte erfunden? Das Ganze spielt ja unter anderem im Stadtteil Kaiserwarte, was, glaube ich, Kreuzberg ist, nämlich aus Kreuzberg und Neukölln. Und da habe ich im Internet also seitenweise, gibt's doch nicht, warum sagen die nicht Kreuzberg? Aber ich meine, das ist ja total absurd, ne? Wir leben in einem Land, wo, sorry, ich finde es fast nichts schlimmer, als dass du im Fernsehen irgendwie die, äh, die Bild-Zeitung nicht zeigen darfst, sondern die bald nennen musst, oder, äh, weil irgendwie die ganze echte Welt überhaupt nicht, äh, 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 und beim Drehen, du irgendwie die meiste Zeit damit beschäftigt bist, äh, dass irgendwelche Namensetiketten abgeklebt werden und man irgendwie, ist es ja wirklich, ähm, ich finde das wirklich, ähm... Bei der Serie aber nicht, ich habe das Gefühl, da wurden viele Red Bull-Logos reingeklebt und ganz oft ist Knoppers zu sehen. Das habe ich heute auch gesehen. Ähm, aber, äh, du weißt, was ich meine, ne? Also, ähm, äh, ich habe den Faden verloren, wo ist es mir nochmal eingefallen? Äh, dass, ähm, dass Rapper Kindergarten Kinder sind. Also, nee, äh, dass, ähm, äh, dass in Deutschland so viel abgeklebt wird, wenn man so pingelig ist und dass es dann, wenn es um den Stadtteil geht, wie Kaiserwarte, der quasi auskommt, gedacht ist, dass die Leute sich dann auch beschweren. Ja, aber dann brauchst du ja, weißt du, es ging ja darum, sozusagen, einen Stadtteil zu erzählen, aber dann auch ein, ein U-Bahn-Schild, so wie so eine kleine Area oder sowas, und dann ist die eine vielleicht schon bei, 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 bei Four Blocks erzählt worden. I don't know. Ah, okay. Der ist halt Kaiserwarte. Mein Gott, also, ich meine, sonst... Ja, lass die Leute reden, lass sie reden, wie die Ärzte schon gesagt haben. Letztlich ist das der Buzz, den man braucht, um so ein Projekt ganz nach oben zu bringen. Viel Erfolg, ähm, mit der Serie. Wir reden heute Abend noch ein bisschen weiter darüber. Äh, und, ähm, wir haben eine fantastische Sendung vorbereitet. Es wird magisch heute Abend, Katharina? Liebst du Zauberei auch so sehr, wie wir hier im Team? Wir sind Zauberfans. Ehrlich gesagt, ja. Ehrlich gesagt, ich bin, also, ich bin... Guck mal, pass auf, pass auf, Achtung. Also, der ist aber nicht schlecht, den merke ich mir. Der ist, der ist ganz gut. Also, ehrlich gesagt, ich glaube, man kann, man kann ja Frauen, wenn man das anders nicht kann, mit Zaubertricks ziemlich gut beeindrucken. Aber nicht, aber ich glaube, keine, nicht die Frauen, die man... Also, ich hab mich ja wirklich mal so ganz, ganz, also richtig doll verliebt, ne? Also, ich war schon verliebt, aber dann hab ich mich so final ganz doll verliebt, als dann irgendwann... Ich war so am Telefon mit einem anderen Mann noch, mit dem ich das noch alles klären musste. Es hat mehrere Stunden gedauert. Ja, so ist es oft. Es war so eine ganze Nacht, aber es war einfach alles geklärt. Und dann, auf jeden Fall, weißt du, und dann bin ich einfach nur in den Raum gekommen und dann hatte der so ein Tuch und hat das so genommen und hat das so in die Hand gesteckt und hat dann so... Und es war weg. Und es war einfach so romantisch. Ich fand es so toll. Es war einfach so, ich dachte so, ach, ach, also, so sieht's aus. Hätten wir uns früher kennengelernt, Katharina. Ich hätte dich wirklich verzaubern können und dann irgendwann hab ich's sein lassen, weil es einfach nicht funktioniert hat. Aber na gut, jetzt ist es zu spät. Vielleicht lernen wir uns heute Abend in der Sendung noch über die Zauberei kennen. Wir haben wirklich eine tolle Sendung vorbereitet. Katharina Schüttler ist zu Gast. Der Hashtag der Woche ist perfekte Weihnachten. Wir reden auch ein bisschen über Weihnachten. Vielleicht. Katharina Schüttler im Neomagazin. Bis später. Und Dogs of Berlin schon mal vorbereiten, mal Netflix gucken. Ein, zwei Folgen wäre wichtig. Bis später.